Die börsennotierte Vienna Insurance Group, die auch in der Ukraine vertreten ist, hat wegen der anhaltend ungewissen Entwicklung in dem Land unter schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen Vorsorgen von rund 75 Millionen Euro gebildet. Im weiteren Geschäftsjahr ist nicht mehr mit so einer dynamischen Entwicklung wie im ersten Quartal zu rechnen, erklärt die Vienna Insurance Group am Dienstag. Bis März nimmt die Gruppe mit 3,45 Milliarden Euro um 11,2 Prozent mehr Prämie ein. Der Gewinn vor Steuern sinkt im Jahresabstand leicht um 3,3 Prozent auf 124 Millionen Euro. Im ersten Quartal hat der Ende Februar begonnene Krieg in der Ukraine bei den Prämien noch nicht zu Buche geschlagen, so wie eine Insurance Group-Chefin Elisabeth Stadler. Die primäre Aufmerksamkeit gilt weiterhin den Beschäftigten der ukrainischen Gesellschaften, die in dieser außerordentlich schwierigen Zeit eine unglaublich positive und professionelle Einstellung zeigen und in nicht umkämpften Gebieten eine weitreichend funktionierende Geschäftstätigkeit ermöglichen würden, sagt Stadler in einer Aussendung. In der Ukraine hat die Vienna Insurance Group vor dem Krieg mit 1.400 Mitarbeitern 100 Millionen von 11 Milliarden Euro Konzernprämie eingenommen. Im Jahr macht man dort 10 Millionen Euro Gewinn, das Exposure wird zur Bilanz im März von 60 Millionen Euro beziffert.